Musik Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder zu meinem neuen Video eingeschaltet habt. Meine kreative Pause ist zu Ende und das ist jetzt das erste Video, was ich drehe. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich hoffe, dass es alles gut geht, weil ich habe jetzt tatsächlich mal über eine Woche mal kein Video gedreht und muss erst mal wieder reinkommen in das Video drehen. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Also wenn es heute bisschen chaotisch ist, dann wisst ihr, ihr seid beim Stempeltierchen, ihr seid bei mir und es ist alles in Ordnung. Das ist eine kleine Verpackung zum Muttertag. Die ist für meine liebe Schwiegermama. Und wenn ich das Video drehe oder wenn ihr das Video dann seht, dann ist natürlich der Muttertag vorbei. Aber ich finde die Idee der Verpackung total süß und deswegen gestalten wir sie einfach ein bisschen anders. Aber ich würde euch gerne zeigen, wie das geht. Und verpackt habe ich einfach hier so einen kleinen Badezusatz, so ein kleines Badesalz. Ich finde, das kann man ganz easy peasy verschenken. Und bevor ich jetzt das weglege, wollte ich euch noch zeigen, dass ich hierfür eins der neun Stempelsets verwendet habe. Und zwar nennt sich das Coole Grüße. Und das ist das. Das wird es im neuen Jahreshauptkatalog geben. Und ich bin ja jetzt schon absolut begeistert von diesem Set. Also wer mich kennt, weiß, dass ich Kühe absolut genial finde. Und ich habe endlich Kühe zum Stempeln. Das ist so toll. Ich bin begeistert. Also das werdet ihr jetzt bestimmt noch öfters von mir sehen. Und ich werde es gerne noch verwenden, weil ich es einfach toll finde. Mal gucken, ob wir es jetzt mit verwenden. Geplant habe ich es nicht unbedingt, denn ich möchte mit einem anderen Stempelset arbeiten. Ihr seht hier schon ein paar neue Produkte, die ich verwendet habe. Und dann legen wir mal los. Das lege ich beiseite. Als erstes nehmen wir mal natürlich wieder unseren Papierschneider. Ich hoffe, es kommt dann bald ein Ersatz, weil ihr wisst ja, der verlässt das Sortiment. Dann habe ich genommen ein Stück Farbkarton in faungrün. Das ist ja eine dieser neuen Incolors. Und ist das eine hammergeile Farbe. Also es ist absolut, yay. Ich bin begeistert. Da klappen wir mal den Papierschneider auf. Das schneiden wir uns zurecht auf ein Maß von 18 Zentimetern. Mal 17 Zentimeter. Und weil ich die 17 hier immer nicht so richtig sehe, schneide ich mir, weil die Seite ist ja 21 Zentimeter lang, schneide ich mir immer 4 Zentimeter ab. Weil 21 minus 4 ist 17. So, die kurze Seite, quasi die 17 Zentimeter Seite, genau, die falzen wir auf einer Seite bei einem Zentimeter. Und an der langen Seite wird gefalzt bei 8,5. Und dann schieben wir durch und falzen hier auf der Seite nochmal bei einem Zentimeter. Also ich lege hier drüben den Zentimeter an. Das wisst ihr. Das war es mit Falzen. Und ja, mit dem Papierschneider. Und bevor wir das jetzt nachfalzen, würde ich gerne erstmal einen Hintergrund gestalten. Und dafür habe ich mir gedacht, nehme ich das tolle Stempelset Schachtelweise Liebe. Das gibt es ja als Produktpaket zusammen mit ein paar wunderbaren Framelits. Das sind diese hier. Ihr könnt hier eine kleine Schachtel draus machen. Das werde ich auch noch mit euch gestalten. Und ja, das gibt es zusammen im Wandel und ihr spart dabei 10%. Und jetzt gestalten wir uns mit dem hier erstmal einen Hintergrund. Und zwar nehme ich mir natürlich wunderbar diesen großen Blumenstempel. Ziehe mir den auf dem Stempelblock und nehme auch die Farbe Faungrün. Um ein bisschen hier etwas drauf zu stempeln. Ich glitzre ein bisschen. Ich stehe gerade fest. Doch, ihr seht es. Ich habe vorhin das neues Spielzeug bekommen. Nicht zum Basteln, aber für mein Gesicht eine neue Lidschattenpalette. Und die musste ich natürlich erstmal ein bisschen ausprobieren und gucken, was die so kann. Und jetzt glitzre ich noch. Übel. Aber das mal nur so als Randinformation. Also nicht wundern, warum mein Arm glitzert. So. Solltet ihr im Hintergrund etwas tickern hören, dann ist das meine Küchenohr. Denn ich habe noch gerade mein Mittagessen im Backofen. Das nehmen wir mal wieder zu. Und dann nehme ich mir noch Anthrazitgrau und einen kleinen Stempelblock. Und zwar nehme ich mir jetzt hier dieses kleine Blatt. Und das setze ich mir einfach so als Akzent noch ein bisschen dazwischen. Oh, es macht mir Spaß, wieder Videos zu drehen. Ich habe es auch ein bisschen vermisst, aber ich habe auch echt gemerkt, ich wusste nicht mehr so richtig, was ich euch drehen soll. Ich brauchte irgendwie mal eine kleine Auszeit. Und die habe ich mir gegönnt. So. Dann haben wir das soweit. Und dann falzen wir das einfach einmal nach an jeder Seite. Dazu nehme ich mir mein Falzbein, wie immer. Einmal nachgefalzt. Dann nehme ich mir meine Papierschere. Ich habe ja jetzt auch den neuen Katalog da. Und es gibt vieles, was mich begeistert. Also er ist schon echt schön geworden. Von dieser Seite hier, also nicht hier ist die Falz, hier ist keine Falz. Das schneiden wir unten einfach ab. Und das hier schrägen wir gleich mal an. Ach, okay, das Äckchen wegschneiden. So, auch das schräge ich mir an. Mal gucken, ob ich im Bild bin auch. Ob ihr mich gut seht, aber ja. Und hier auch noch. Weil das wären unsere Klebelaschen. Klebeband. Das Doppelseitige. Und bringe das hier einfach auf. Jetzt war ich kurz verwirrt. Naja. So. Ziehe hier die Trägerfolie ab. Das Trägerpapier. Einmal rechts. Und hier auch. Und dann klappen wir das einfach um. Und klappen das zu. Und im Prinzip ist eure Verpackung schon fertig. Also es ist echt kein Hexenwerk. Ich habe hier so einen kleinen Nupsi. Den schneide ich mal noch ab. Dann sieht es schöner aus. Und damit ist das Grundgerüst für eure Verpackung fertig. Natürlich wollen wir noch ein bisschen dekorieren. Und deswegen schmeiße ich mal meinen Müll weg. Habe ich mir überlegt. Ich werde auch das Stempelset nehmen. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen mit den Framelits. Stanzformen arbeiten. Das heißt jetzt nur noch Stanzformen. Das finde ich im Prinzip ganz gut. Dieses. Das sind Framelits. Das sind Sindels. Das sind Edges. Das hat mich sowieso immer verwirrt. Also wir nehmen nur noch Stanzformen. Und auch. Es gibt ganz tolle neue Stanzformen. Bestickte Rahmen. Die sind so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechseckig. Muss ich sagen. Und auch da werde ich ein bisschen was ausstanzen. Das sind bestickte Rahmen. Finde ich ganz toll. Gefällt mir sehr gut. Und es gibt auch hier nur so eine Bordüre. Super. Super, 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 super. Dann nehme ich mir erst mal ein Reststück in Flüsterweiß. Das habe ich hier. Und das Stempelset. Nochmal Schachtel. Schachtelweiße Liebe. Und da haben wir ja hier den Spruch. An dich gedacht. Für dich gemacht. Und den werde ich jetzt auch mal benutzen. Und dann nehmen wir wieder das Faungrün. Und stempeln das einfach mal auf. Sehr schön. So. Und jetzt werde ich ein bisschen was ausstanzen. Mit meiner Big Shot. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Ich habe jetzt alles ausgestanzt. Und dann können wir jetzt weitermachen. Und zwar habe ich mir. Habe ich ausgestanzt in Flüsterweiß. Und in der anderen neuen Incolor. In Rauchblau. Und zwar einmal hier so ein Ornament. Dann zwei von diesen Sechsecken. Und den kleinen Spruch habe ich hier mit so einem. Auch mit diesem. Mit dem hier ausgestanzt. Ausgestanzt. Also das ist doch echt Zucker. Oder? Also ich finde das total schön. Dann diese gestickte Kante wieder. Also. Absolut meins. Das Ornament ist das hier. Und das habe ich auch verwendet. Und zwar habe ich das auch zweimal in Rauchblau ausgestanzt. So. Das stanzt sich nicht lösend aus. Also ich habe einmal hier abgeschnitten. Und einmal hier abgeschnitten. Das bleibt an sich drin. Also das ist. Das müsst ihr dann ein bisschen mit der Hand schneiden. Aber das ist ja nicht das Problem. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal probiert. Und habe ich auch festgestellt. Und dann habe ich mir genommen noch ein Geschenkband. in, wie heißt es denn, gestreiftes metallisches Geschenkband. Ich glaube, das gab es zu dieser Männerserie. Das läuft jetzt aus. Das wird es dann, glaube ich, nicht mehr geben. Aber es gibt so viele, viele Bänder. Aber ich fand das jetzt echt cool. Und habe gedacht, das nehme ich mir jetzt. Und das werde ich mir als erstes mal wieder präparieren. Kennt das ja. Das hat sich nicht geändert. dass ich da mit meinem Roller Das hat sich nicht geändert. Das hat sich nicht geändert. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Bling, Bling auf der Karte. Und wir haben Bänder. Also wir sollten auch unsere Bänder benutzen. Alles andere wäre langweilig. Dann habe ich, wie gesagt, das Rauchblau. Und das werde ich jetzt einfach hier draufkleben. Aber vorher kleben wir das mit etwas Tombo auf das hier. Da kann man wieder so schön rummatten. Und oh, das ist so. Das trifft ja sowas von meinem Geschmack hier. Diese Framelit Stanzformen. Da muss man sich natürlich auch erst mal noch dran gewöhnen, dass es jetzt Stanzformen heißt. Dann nehme ich einfach wirklich dieses ganz Filigrane hier. Setze hier überall ein bisschen was drauf. Natürlich an den Stellen, wo ein bisschen mehr Klebefläche ist. So. Das kleben wir jetzt hier einfach auf. Cool, hä? Und dann noch mit ein paar Dimensionals. Spruch. Den, äh, Spruch. Ja, ja. M-E-L-U-A-U. Das ist klar, dass das heute dann doch öfters kam, als ich gedacht habe. Sehr schön. Und auch das klebe ich mit Dimensionals hier auf. Zack. Trägerfolie ab. Jetzt hatte ich kurz Panik, dass ich vergessen habe, Start zu drücken, aber nein, das Video läuft. Puh. Das ist mir auch schon passiert, dass ich dann einen Cut gemacht habe, Pause gedrückt habe und dann nicht wieder Start gedrückt habe und ich dann quasi alles mir selber erzählt habe. Und das klebe ich jetzt hier auf. Und damit ist unsere Verpackung so gut wie fertig. Aber wir haben ja noch die zwei und die zwei ich habe jetzt hier mal genommen Schönheitsmaske. Die kleben wir jetzt einfach als Zier quasi oder als hier habe ich wartet. Ich den Satz jetzt Muttle. Hier habe ich ja hier mit der Textstanze gearbeitet. Und damit man das schön rausziehen kann. Und da wir hier dieses wunderbare was auch immer haben. Wie nennt man das? Anhängerstanze. habe ich mir gedacht, nehmen wir jetzt einfach mal wirklich diese Anhängerstanze und nutzen die als Ziehmechanismus. Und dann könnt ihr das einfach hier reintun und habt hier den verschwindet ein bisschen habt hier den Ziehmechanismus. Und weil das verschwindet deswegen, weil das ein Stückchen kleiner ist als das, was ich da hatte. Und dann nehmen wir noch mal, wenn ich es denn jetzt finden würde, mein Band. Schneiden uns einfach ein Stück ab. Ziehen das hier einmal durch die Schlaufe. Das war viel zu lang abgeschnitten, aber naja. Und dann einfach mal hier drum. Ich mache dann schon gerne noch einen kleinen Knoten, damit es einfach besser hält. So. Und dann können wir das hier einfach ein bisschen ab noch. Och, sag mal. Ja, ja, man muss dann auch erst mal ins Videotränen wieder reinkommen. So. Und damit habt ihr hier auch eine coole Verpackung, wie ich finde. Führen ein bisschen was für die Schönheit. Und wie gesagt, wenn ich euch das zeige, ist der Muttertag natürlich schon vorbei. Deswegen hier haben wir die Version zum Muttertag. Und hier haben wir einfach so. Ich habe einfach mal an dich gedacht. Ich hoffe, ich muss mal gucken, dass es hier richtig im Bild ist. So, ist gut. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und freut euch, dass ich wieder da bin. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin und für euch Videos drehen kann. Lasst uns schauen, was der neue Katalog alles an Inspiration bringt. Ich werde auch wieder eine Katalog Tour abdrehen. Ihr Katalog durchzuforsten dann seit am 2. Juni auf meinem Kanal vorbei, denn da startet, glaube ich, der neue Katalog. Ich gucke nochmal schnell, ich habe es schon wieder vergessen. Er startet am 4. Juni. Ha, dann seid er am 4. Juni bei mir und da ist er. So sieht er aus. Also die Farben sind sowas von meins. Also dieses Cover finde ich wieder wunderschön gelungen und ich bin echt schon gespannt, was wir alles damit zaubern werden. Also ich habe echt Bock auf den neuen Katalog. So und jetzt bin ich weg. Ich verabschiede mich für heute für euch. Danke fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Habt Spaß am kreativ sein und bis dann. Ciao Ciao.